Ihre erste Antwort, ich bin nicht bereit. Ja, das ist direkte Rede. Seit dieser Zeit haben Sie eine große Evolution erlebt. Und wenn Sie ein Telegramm an sich selbst schicken, an Sie von damals, was für einen Text würde es dort geben, was für ein Telegramm sein würde? Mir geht es genauso wie Janke bei dem Hof von König Arthur. Man kann diese Frage nicht beantworten. Diese Frage wurde damals gestellt unter den konkreten historischen Bedingungen, die damals unser Land erlebt hat. Das waren bestimmte Wirtschaftsbedingungen, die damit verbunden waren. Es gab eine bestimmte innenpolitische Lage und auch die Sicherheitslage, die wir damals erlebt haben. Und all das, was wir damals erlebt haben, hat mich dazu gebracht, dass sich die Antwort gegeben hat, ich bin dazu nicht bereit. Nicht, weil ich Angst hatte, weil die Aufgabendimension einfach riesengroß gewesen ist und die Zahl der Probleme stieg von Tag zu Tag wie ein Schneeball.